Hallöchen! Türchen Nummer 16 sind wir schon. Wieder ein großes Päckchen. Und schon wieder ein Schlitzschraubendreher. Das ist glaube ich jetzt schon der vierte Schlitzdreher. Diesmal ein breiter. Alles wie gehabt. Sind alle komplett gleich. Hier haben wir jetzt mal eine kleine Nase noch dran. Vom Guss wahrscheinlich. Vom Kunststoffguss. Aber sonst wie immer top. Brauche ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Am Ende, am 24. zeige ich euch ja eh nochmal alles. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.